Lederhosen, Dirndl, Maaskrüge. Man wähnt sich auf dem Münchner Oktoberfest, doch nein, die Party nach bajuwarischem Vorbild findet auf dem Messegelände Mainz-Hechtsheim statt. Regionale Vorbehalte existieren an diesem Abend also nicht. Doch welche Rolle mag der Alkohol wohl dabei spielen? Oh Gott, eine große Rolle, denke ich mir. Und das Bier und der Maask ist einfach die normale Situation. Stimmung, Musik gehört ja zu. Aber es geht auch ohne Alkohol. Auf jeden Fall. Steh auf, wenn ihr Messe seid. 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 Wer jetzt Lust bekommen hat, selber einmal das Festzelt zu entern, hat bis zum 16. Oktober dazu Gelegenheit.